Es tut das mit der Fußfreiheit im Parcours-Gänge, der da auch in den vorigen Stellen erklärt hat, muss ja auch das Brum wieder funktionieren. Ich gehe nicht auf einen anderen Film, wo man sieht, dass es nicht... Ich gehe nicht auf einen anderen Film, wo man sieht, dass es nicht so ist, dass es nicht so ist, dass es nicht so ist, dass es nicht so ist. Und die Zeit kurz gegangen ist. Da wäre noch besser. Eins, zwei, drei, die Kuhn muss bleiben. In kurzem Stand, die Kuhn muss ja auch. Das war doch mal die Kuhn-Lieger. Und die Kuhn-Lieger ist auch einfach fertig.